Vollständige. Vollständige Bauch- und Brustatmung. Die Atmung flutet den Oberkörper von unten nach oben, vom Becken bis zu den Schultern. Und verebbt wieder von oben nach unten, von den Schultern zurück zum Becken. Die Aufmerksamkeit folgt dabei der Atembewegung auf dem mittleren Meridian. Vom Tantien zur Brustbeinmitte beim Einatmen, von der Brustbeinmitte zurück nach unten, zum Tantien beim Ausatmen. Dann die ganze Auflagefläche wahrnehmen vom Hinterkopf bis zu den Füssen und sich weiterhin überall das Gewicht immer grösser vorstellen. Immer schwerer werden, als könnte man einen Abdruck hinterlassen in der Erde. Mit jeder Ausatmung Millimeter für Millimeter immer tiefer in die Erde einsinken. ohl soll diesem Untertitelung des ZDF, 2020